Herzlich Willkommen zu Ark Survival of the Island. Ich habe vier gebaut wieder und da haben mir meine Bibels, die haben mir gut geholfen dabei. Wie man sieht, da unten habe ich jetzt Plattformen. Wie sieht es denn aus hier? 174. Tag, 16.15 Uhr. Tja, da habe ich mir erstmal diese ganzen Hürden weggebaut, die ich da hier habe beim hochgehen. Diese ganzen Unebenheiten, da habe ich alles überbaut und hier Rampen und Plattformen angesetzt. Jede Menge Holz verbaut. Ohne Ende. Das würde ich ja gerne irgendwie zukriegen, diese Ecken. Aber da habe ich noch keine Idee. Schon alles mögliche ausprobiert, wie man diese Ecken zu bekommt. Hier habe ich mal da unten noch so zwei Zäune hingesetzt, damit dann, wenn mir Tiere folgen, die Bibel zum Beispiel, wenn ich die mir folgen lasse, lasst ihn da nicht reinrennen. Und damit ich selber nicht reinfalle, habe ich mir hier noch einen Zaun hingesetzt. Hier kann ich ja vorbei, den Zaun und herunter flitzen. Hier war ja alles so uneben. Da laufen hier irgendwelche Steine geblockt. Die sind jetzt alle zugebaut. Da habe ich nur noch einen Zaun hingestellt zum abbremsen. Ich überlege jetzt gerade, ob ich hier die Seiten noch zu machen soll. Hier sieht man diese ganzen Felsen, wo ich gar nicht hochkomme, wo man gar nicht hochlaufen kann. Hier diese Senke, wo man auch drin stecken bleibt, wenn man da hinrennen will. Da habe ich jetzt alles zugebaut. Ich könnte das jetzt an den Seiten hier noch zu machen mit Wänden. Hier habe ich jetzt aufgehört. Ich wollte nur noch diese Senke da, die wollte ich auf jeden Fall noch überbauen. Die kann man ja jetzt noch hochrennen. Da geht das noch. Wenn man so hier, dann war ja auch hier ein Loch. Dieser Graben hier, der hat auch gestört die ganze Zeit. Da habe ich den gerade jetzt überbaut. Jetzt schön hoch und runter rennen. Da unten ging es jetzt gerade weiter. Das selbe Spiel nochmal. Da habe ich hier alles zugebaut. Das einzige war hier jetzt noch. Das habe ich jetzt weggelassen. Da kommt man auch nicht hoch. Aber das war jetzt nicht so weit. Jetzt habe ich ja hier genügend. Auslauf. Zum Hochflitzen. Genügend Auslauf. Da habe ich einen Tag lang gebaut dran. Ohne Ende Holz verbaut. Und die Biber, die haben ja ganz toll geholfen. Meine zwei Biber. Die haben ja jede Menge Holz eingesammelt. Ein bisschen Stroh noch dazu. Aber dann, wie gesagt, ohne die Hilfe von den Bibern hätte ich das jetzt nicht so hinbekommen mit diesen Rampen. Die haben schön geholfen. Ja, diese Bibern ist ausgebüxt. Das habe ich jetzt mal abgerissen. Mein Gehege. Das habe ich jetzt mal abgerissen. Ich baue das dann nochmal neu auf. Das habe ich schon mal hier so gebaut. Das werde ich jetzt dann als nächstes noch machen. Der Biber war auf einmal verschwunden. Der war auf einmal wieder weg. Währenddem ich da drüben schwer gebaut habe und gebastelt habe. Da war ich zwischendurch dann nochmal hier und habe hier nochmal geschaut. Und da war der Biber weg. War er nicht mehr da. Ich habe den dann nochmal gesucht in der Umgebung mit dem Dinofeinde. Aber da war nichts. Hier gibt es nur eine Bienenkönigin in der Nähe. Die ist da drüben. An der Wand hängt die. Aber kein wilder Biber mehr. Weit und breit. Hm. Dann ist der mir doch wieder ausgebüxt. Der Bursche. Vielleicht ist das doch nicht hoch genug gewesen. Ja. Ich baue das jetzt mal mindestens zwei Lagen höher und hole mir dann nochmal einen Biber. Ich muss das auch unbedingt ausprobieren. Ich will das unbedingt wissen, ob da Zement gemacht wird. Vielleicht muss man da eben auch den Biberbau dann, wenn er Zement drin hat, wenn er den ersten gebaut hat, wieder abreißen. Dass er dann wieder einen neuen gebaut und so weiter. Oder vielleicht braucht er auch Zugang zum Wasser. Das werde ich dann auch ihm geben. Da werde ich mal schauen. Ja, Biberlein. Er kriegt auch schon wieder ein Level drauf. Hm. Und hier. Schon wieder schön Holz gemacht. Und Kartoffeln hat er fast alle aufgegessen, die ich ihm gegeben habe. Wenn Nahrung ist. Okay. So. Ich kriege noch mehr Traglast. Gewicht. Das ist noch übrig vom Bauen hier. So. Dann machen wir weiter. Ja, die sind auf Wandern eingestellt. Die Biber. Wenn ich die dann auf mir folgen rufe, dann hat das Priorität. Dann folgen die mir und dann kann ich die schön ausräumen. Und dann kann ich die einfach auf Nichtfolgen pfeifen und dann wandern sie wieder weiter. Ja, das ist so ganz gut gelöst. Ja. Wie sieht es denn aus mit ihm hier? Ja. Die kann man auf ziemlich große Entfernung herbeipfeifen, habe ich festgestellt. Das ist auch nicht schlecht. Ja, er kriegt auch einen Level dazu. Ach, Dicke. Der hat schon genug. Hm. Ich gebe ich den mal. Hm. Ich kriege noch ein bisschen Schaden drauf. Ne, er hat nichts eingesammelt. Ich habe festgestellt, die muss man dann zum Sammeln am besten in die Nähe von irgendwelchen Bäumen schaffen. Sich folgen lassen. Dann zu irgendwelchen Bäumen hin traben. Und wenn er dann zwischen Bäumen steht und dann fängt er dann, wenn er den wieder auf Nichtfolgen pfeift, fängt er dann meistens an zu sammeln. Ja, wenn keine Bäume in der Nähe sind, dann fängt er wieder an zu schwimmen. Und so habe ich die dann doch ganz gut hingekriegt, dass sie viel gesammelt haben. Tja, jetzt kann ich hier hochdüsen. Ganz schön Arbeit gekostet. Ja, was den Stromgenerator angeht, der ist auch schon wieder mal gelaufen. Von alleine. Da ist wieder irgendwie das Windrad ausgegangen. Da hat es aufgehört. Ja. Dann habe ich den mal gecheckt. Dann habe ich gesehen, der hat sich selbstständig eingeschaltet. Dann habe ich noch ein bisschen Benzin gemacht. Bisschen mehr. Damit er noch Benzin hat. Das ist dann diese stromlose automatische Aktivierung. Die ist jetzt eingeschaltet. Wenn das auf Ausschalten steht und man klickt drauf, dann schaltet man es aus damit. So ist das also von der Funktion her gedacht. Ich muss erst mal drauf kommen. Ja, wie gesagt, das Windrad, das hat er einfach mal wieder den Dienst eingestellt. Irgendwann. Und dann lief der Generator. Den muss man dann wieder selber ausschalten. Dann sieht man ja dann, ob Strom gemacht wird oder nicht. Ob das Windrad wieder geht oder nicht. Das schaltet sich hin und wieder ab. Und dann geht es aber wieder. Dann funktioniert es wieder. Und dann muss man den Generator eben so manuell wieder ausschalten. Es schaltet sich nicht von selber wieder aus. So, das kann ich mal hier unterbringen. Das Zeugs erstmal. Da bin ich jetzt erstmal fertig damit. Ich Tionis war noch da. Da sind diese frechen Vögel, die da ein Zeug klauen. Und dann waren meine ganzen Tiere da rein, alle hinter verstreut. Die haben die total durcheinander gebracht. Und dann waren die hier überall verstreut. Dann musste ich die erstmal wieder einsammeln. Gut, die könnten wir auf Passiv stellen. Dann würden die sich alles gefallen lassen. Aber das will ich eben auch nicht. Und da habe ich jetzt meine ganzen Raptoren. Tödi und die zwei Angis. Die habe ich da jetzt alle eingesperrt. In dem Choral da. Da sind sie jetzt alle drin. Hier muss ich mich dupeln. Da muss ich reinkommen. Da ist jetzt voll hier. Voll mit Raptoren. Dann die zwei Dödi und die zwei Ankis. Für Feuerstein. Die Ankis sind ja ideal. Steine, die Dödi-Kurser. Und für Feuerstein die Ankis. Die muss man allerdings dann selbstständig fahren. Oder reiten. Da gibt es schon wieder ein neuer Level. Drei sogar. Drei Levels. Mhm. Was machen wir denn da mal. Nachkampfschaden. Nehmen wir mal zwei drauf. Dann kommen wir rein auf Gesundheit. Und du? Kriegst du auch ein Level? Einen hat er. Da gibt ja auch einen Nahkampfschaden drauf. Noch ein bisschen weniger. Dem habe ich ja weitgehend Ausdauer gegeben. Damit er nicht dauernd ausruhen muss. 125. 125. 125. 125. 125. Okay. Dann müssen wir dann mal schauen. Ich habe da immer noch keinen mit 100 Level. Weil man hier ja auf The Island. So ist das nun mal programmiert. So ist das eingestellt. Nicht so hoch levelige Tiere bekommt. Außer man geht mit dem Schwierigkeitslevel höher. Ich habe da 0,5 im Moment eingestellt. Wenn ich da natürlich einen höheren Schwierigkeitslevel einstelle. Dann haben die Tiere auch mehr Levels. Die man wild dann irgendwo sieht. Allerdings ist es dann bei Ragnarok wieder anders. Mit 0,5. Da gibt es hoch levelige Tiere. Genauso wie bei Crystal Islands. Die Karten sind da schon etwas unterschiedlich. Wo sind denn meine? Auch da. Ganz da hinten. Die haben wieder etwas gejagt. Die Jungs, die haben wir. Die, die laufen uns. Die passen ja auf. Wie die Schießhunde. Ja, die haben sich wieder irgendwas geholt. Da war wohl irgendetwas wie in der Nähe. Was haben die hier gefuttert? Keratin, das könnte so eine Schichtkröte gewesen sein. Die sich geholt haben. Die überwachen ja hier mal eine Gegend. Wenn hier immer etwas auftaucht. Und dann futtern die das weg. Von der Richtung her. Allerdings sind die jetzt. Na ja, gut. Die sind ja mit Essen versorgt. Die sind nämlich außerhalb der Futterdruckrange jetzt. Und die haben ja was zu essen. Da steht auch noch ein Club von die Loveros. Drei Stück. Die haben auch irgendwas erwischt. Sonst hätten die kein Fleisch. Ich muss irgendwann auch mal wieder aufleveln. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Keine Lust so. Das ist aber schon der Aufgang hier. Oh, jetzt habe ich das auch. Na. Hm. Jetzt. Wunderschön, mir hinknien. Wunderschön, mir hinknien. Wunderschön, mir hinknien. Wunderschön, mir hinknien. Ich kriege auch schon wieder was an der Wohnung. Einen. Da gehen wir mal. Ausdauer drauf. Was ist mit dir? Die auch. Das ist auch Ausdauer. Damit man dann mit den Jungs mal über die ganze Insel in einen Rutsch fliegen kann. Ohne anhalten zu müssen. Der kickt auch hier. Mist, der Agi. Den habe ich jetzt schon auf Level 90. 2001 mit Ausdauer. Das ist dann schon mal ganz gut. Der kickt noch ein bisschen Schaden her. Tja, diese zwei Parasauren. Hm. Das nutze ich eigentlich so gut wie nie. So, dann gib mir das Zeug da her. Flitz. 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 So, da gibt es schon wieder ordentlich was an. Dringe. Achtung. Lunge? Da wird ja noch genug dringend jetzt. »ooooaJa** Wunder ich jetzt. Ahuu-ang. satten unterbringen genau das wollte ich jetzt die keratin und das zeug dann noch das ein kühlschrank legen und kühlschrank ist schon was geiles das ist schon nicht schlecht so wir haben meine lampen die brennen auch immer das schadet aber tagsüber nicht sobald es dunkel wird habe ich licht ja der peterra braucht hier auch noch einiges an ausdauer und auch an gewicht was er tragen kann der ist ja schön schnell ein bisschen eine ganze ecke schneller als die argis im fliegen 17 21 gegen 20 30 ist dunkel da habe ich jetzt hier ganz schön gebaut plattformen ausgebaut das war schon eine ganz schöne arbeit dann werde ich mal gucken was ich jetzt als nächstes mal mal überlegen vielleicht baue ich da hinten weiter an dem gehege für biebe für wilde ich muss das noch mal ausprobieren schade dass die zahnen biebe keine dämme bauen da hätten wir eine schöne zementversorgung vielleicht ich muss das mit wilden bieben aber wirklich noch mal ganz austesten jetzt ist der mir leider wieder abgehauen da ich hoffe nicht dass das spiel den irgendwie einfach gelöscht hat das wäre ja doof ich könnte schon mir vorstellen irgendwie ist er ausgebüxt naja muss ich mal noch checken da baue ich das gehege da mal weiter und dann hole ich mir noch mal ein biebe oder vielleicht noch zwei mal schauen tja an der stelle erst mal einen schnitt und dann sehen wir weiter so das ist nacht geworden ist dunkel geworden könnten wir mal ein bisschen essen kochen hier gibt es jetzt schöne sachen hier habe ich ja schon so ein kraftfutter hergestellt reingelegt und das ist halt auch schön mit der s plus erweiterung der holt sich jetzt die notwendigen sachen aus den anderen schränken raus was er dafür braucht dann mache ich mir mal vier von diesem selbst erstellten rezept hole ich mir mal vier ran ich habe dieses auto crafting hier ausgeschaltet weil sonst würde er jetzt sofort anfangen sobald man das reinlegt oder irgendwas drin liegt es ist besser wenn man da mit der rechten maustasse draufklickt und sagt dann herstelle deswegen das auto crafting würde ich ausschalten so jetzt habe ich vier von diesen dingen wir wiegen jetzt vier kilo und bringen mir auf einen schlag 38 nahrungspunkte ich habe ja hier noch leere zettel für weitere rezepte schieferbeeren narkosemittel wasser im kochtopf kochen für den heilvorgang da könnte ich auch mal was gebrauchen das nehme ich auch mal mit nachts kann man dann gucken mal gucken wie das wirkt und es wird wieder hell mal gucken ob das funktioniert wenn ich da jetzt vier von diesen flaschen machen will das macht er nicht ach das ist nur ein rezept und da oben haben wir das das ist ja nur ein rezept nur eine info kein blueprint aber hier haben wir die die medizin dieses gebräu so herstellen 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 lässt sich nicht herstellen mal gucken ob das mit auto crafting geht narkosemittel wasser ach der hat das wasser nicht geholt mhm deswegen der hat sich das wasser nicht geholt das muss ich mir dann selbst holen das wasser herstellen so jetzt steht hier auch alle herstellen jetzt jetzt macht er mir das heilmittel das macht ja sinn wenn man das dabei hat und nimmt dann immer mal was mit wenn man unterwegs ist und fällt vom pferd feld von dino oder so und hat dann hat nur eins hergestellt mal gucken ob er mit auto crafting da was macht da läuft jetzt kein balken jetzt läuft ein balken ich habe noch nichts geklickt das hat eben gedauert bis er von selber anfing von der herstellung her das ist genau das was ich verhindern will dass hier farbe entsteht mit dem auto crafting das ist dann das doofe dabei da macht er dann farbe und dann ist wasser weg und dann kann er das andere machen nicht herstellen ich will jetzt keine farbe jetzt ist das wasser leer das ist das auto crafting das das stellt dann zwischendrin immer weil da tintobeeren drin liegen farbe her und dann hat man den salat das wasser hat er leer gemacht für farbe und ich will überhaupt keine farbe herstellen das ist dann eben das doofe mit diesem auto crafting deswegen lieber ausgeschaltet lassen allerdings funktioniert hier das mehrfach herstellen auch nicht der macht immer nur eins jetzt habe ich zwei angewählt jetzt habe ich zwei angewählt dass er noch zwei herstellen soll der eins eigentlich müsste er mit dem zweiten anfangen macht es nicht wenn ich das auto crafting einschalte dann macht er mir gleich wieder farbe die ich nicht haben will so das hat er jetzt gemacht da sehen wir mit das lagen wir hier gleich ein hier würde das jetzt eine stunde 56 halten und hier hält das acht tage in den kühlschrank und wasser brauche ich eigentlich andere wasserflaschen dabei ja alle leeren wasser dabei gleich mal einen schluck trinken so das wasser ist wieder gefüllt das rezept kann ich weglegen es wird nicht gebraucht wegen der s plus erweiterung so jetzt muss ich mal schauen ich habe so viele eier inzwischen so viele dino eier was wiegt denn da eins da wiegt eins drei kilogramm von den dino eiern und da sind sehr schwer genau wie argentavis eier das wiegt da eins 5 kg 5 kg also die loeier sind schön leicht stegoeier liegt 12 kg dann kühler saurus wiegt auch 5 kg carbonemis wiegt 3 kg 3 kg ist genug weil so schwer wird dann auch das essen so jetzt will ich mal ein neues essen machen nehme ich hier einen notizblock pack den rein und entsteht hier ein neuer button rezept erstellen dann kann man sich hier eine optik aussuchen dann kann man sich hier irgendwas zusammenbasteln an farben für diese verschiedenen teile von diesem komischen brot das ist ein brot ja jetzt habe ich hier nur das hier ich will allerdings dann auch noch ein paar andere sachen dazu fügen und das geht so nicht das muss ich nochmal abbrechen da brauche ich jetzt nochmal ein bisschen was an Tintobeeren oder so Tintobeeren im Pronto sauber sind ja auch jede Menge Tintobeeren so nehmen wir an wir nehmen da jetzt 40 Tintobeeren dazu oder 30 wir haben ein paar 30 und wir haben 2 das wären dann 60 so die lege ich rüber die Eier lege ich jetzt auch rüber also nochmal Rezept erstellen jetzt haben wir hier Tintobeeren und 2 Eier na das will ich nicht ich will nur ein Ei ich mach da nur ein Ei rein so Rezept erstellen Tintobeeren 60 hm das rieche ich auch nicht also nochmal jetzt haben wir hier 30 Tintobeeren und dieses eine Ei genau so jetzt suchen wir uns hier irgendeine Farbe aus für diese ganzen Sachen dann nennen wir das jetzt zum Beispiel Eiermahlzeit dann sagen wir das sind 30 und ein Ei genau Rezept erstellen so da hat er mir ein Rezept erstellt das hat er jetzt hier reingelegt ja da steht hier das EideloEye und die Tintobeere das Rezept lege ich jetzt wieder hier rüber da ist es das Rezept und das stelle ich jetzt her wie mit einem Blueprint also die eigenen Rezepte sind praktisch so eine Art Blueprints Laubhausen und da ist mein Rezept und da ist die Nahrung und die wiegt 0,7 Kilogramm bringt 20 Nahrungspunkte 12 Gesundheit 12 Ausdauer so funktioniert das mit dem DiloEye jetzt will ich mal testen ob das auch mit dem ParasaurusEye funktioniert oder nur mit dem DiloEye so das ParasaurusEye und die 30 Dings und da ist mein Rezept ne der braucht jetzt ein DiloEye also es muss dann genau dieses Ei sein gut das ParasaurusEye gut das ParasaurusEye kann man auch so essen so funktioniert das mit diesen Sachen mit dem Essen kochen jetzt habe ich hier 63 das ist meine Eiermahlzeit die bringt mir dann 20 Punkte wenn ich die jetzt esse so und zack da ist er 20 Punkte Höhe die würde mir 38 und die würde mir 38 bringen so dann tun wir das Wasser da wieder rein die können wir auch da rein tun und das Ei tun wir auch wieder da rein wenn man größere Eier nimmt dann wird das eben schwerer das Essen ich habe das schon mal mit einem Dagen TavisEye probiert da waren die Dinge plötzlich 20 Kilo schwer die ich da dabei hatte das war dann zu viel so dann haben wir uns leckeres Essen gemacht nochmal schönes Essen hergestellt jetzt kommt jetzt mal ein Pelago so er kriegt auch schon wieder Punkte Ausdauer braucht der Vogel immer so ich bin ja am bauen da hinten nochmal den Käfig bauen ich habe mir jetzt hier einen Pronto vollgeladen mit Materialien dann kann ich mir aus dem dann immer raus holen ich habe jetzt hier noch ein Problem diese Lücke da vernünftig zu zu machen warum ist das mit dem Vogel hinkriegt diese Lücke da drüben das ist blöd dass man die nicht drehen kann diese Teile so Herstellung das hier will ich machen dann mache ich mal fünf Stück die habe ich mir jetzt aus dem Pronto geholt weil ins Haus zu den Schränken ist es zu weit da holt die Funktion nicht deswegen im Pronto habe ich Materialien drin die sind jetzt aus dem Pronto geholt worden weil der kann ja so schön viel schleppen nämlich hier ein Problem wenn ich mich daneben stelle kriege ich das einfach nicht gebacken das vernünftig zu platzieren da irgendwie vernünftig gerade hinkommen damit ich das genau dazwischen packen kann das ist mit dem Vogel ist das auch nichts hm mal gucken ob ich auf die Mauer springen kann ja hat fast geklappt das nervt das nervt es geht ja vielleicht sogar noch einfacher wenn ich mir eine Leite baue wo ist die Leite da ist die Leite eine eine fehlende Phasen da fehlende Phasen für die Leite da fehlende Phasen für die Leite mal schauen mal schauen ob da eine Leiter dran geht hm nehm 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 ich kann das hier jetzt nicht einpassen dass es gerade ist weil ich krieg das einfach nicht geregelt hier so ist das zwar jetzt drin gesnappt allerdings entsteht da trotzdem eine Lücke wenn ich das jetzt so hinsetze 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 weil die Lücke ist ein bisschen zu breit ich müsste das halt in die Mitte kriegen na es hat doch eben gerade gesetzt hm hm das Snacken das klappt jetzt auch nicht so toll so wenn ich es jetzt so setze und nehme mir dann hier eine Mauer okay na doch dann macht's jetzt macht es gut hm jetzt ist jetzt passt's hm passt doch das passt doch dann hat das doch ihm gehauen jetzt günstigerweise so passt 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 ich überlege mir ob ich hier unten diese Lücken auch schließen sollte so 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 eine Frage ich weiß ja nicht wie der Bibe das letzte mal ausgebüxt ist vielleicht darf da dürfen da keine Lücken sein vielleicht büxt der da durch diese Lücken irgendwie dann aus keine Ahnung ne wenn man sich opfert er jetzt eben mal Materialien und macht er alle Lücken zu auch noch zusätzlich nein das setzt sich nicht runter oder unter die Tür hm das geht nicht unter die Tür ne wenig wenig unter die Tür das ist doof hm da haben wir auch schon wieder Lücken drin da bin ich doch ein bisschen zu weit ich lasse die nicht direkt einsnappen weil dann eben die sich sehr stark überlappen die Stücke und wenn die sich so stark überlappen dann braucht man ohne Ende Materialien so das esse ich gerade noch weg das wollte ich nicht essen das Baumaterial davon habe ich eigentlich genug so wie sieht es denn mit der Frau Ponto aus ja der hat jetzt nicht mehr viel an Material drin muss ich noch das Material holen auch nicht mehr steigern auch nicht mehr steigern da ist gerade so die Ausdauer das ist jetzt gerade mal so die Entfernung zu den Schränken wo ich dann hier auf die Schränke zugreifen kann so dann holen wir uns noch mal ein bisschen Stroh dazu die Sicherheit das ist auch noch etwas Holz 500 Holz noch mit na der kann ja viel tragen na da kann ich noch mehr holen da kann ich noch mehr Stein holen da werden die Steine jetzt knapp Gewicht ist immer noch ok von der Frau Ponto dann kann ich das mal überlegen und das auch und das auch so und die Leiter auch die habe ich jetzt umsonst gebaut ja also da wo die Pontos stehen zwischen den Pontos und dem Haus das ist so die maximale Entfernung von Materialien mit der S-Bus-Erweiterung zu transferieren da macht sich dann so ein Pronto auch wieder bezahlt flitz flitz so jetzt muss ich hier ins Wasser das ist noch schwieriger zu bauen da jetzt snappt das da ein so aber ich will es eben nicht gesnappt sondern ein bisschen abgesetzt aber die Lücke darf nicht zu groß sein so diese Lücke die zwischen den zwei jetzt hier die ist gerade ok wenn ich keine Lücke lasse wie gesagt dann brauche ich viel mehr Material dann muss ich viel mehr Wände bauen mehr Wände setzen so jetzt ist es gesnappt und jetzt muss ich es ein bisschen absetzen im Wasser ist das noch schwieriger mit bauen da rutscht man zu viel hin und her jetzt sitzt es direkt dran naja das ist jetzt auch nicht schlecht da sitzt direkt dran ich hätte es gerne ein bisschen abgesetzt dann laufen die eben die Stücke ineinander aber sie sind dann wenigstens zu so wie hier das ist jetzt natürlich ein kleines bisschen zu weit gesetzt tja im Wasser ist das jetzt ganz diffizil dein Wasser weiter bauen jo ich bau dann noch weiter und mach hier an der Stelle erstmal einen Schnitt und bau dann da vor mich hin guck mal hold k do laughing wo es tr des д